Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal oder vielleicht auch Hallo und herzlich willkommen, wenn du neu auf meinem Kanal bist. Ich freue mich natürlich tierisch immer über alle, die neu dazukommen, aber natürlich genauso auch meine Stammschätzeleins, alle, die einfach dabei sind und jetzt wieder Lust haben, ein paar spannende Produkte zu sehen. Ich bin nach wie vor noch echt krank und deswegen entschuldige ich mich im Vorab, wenn ich hier das ein oder andere Mal stark wuste. Ich habe auch einen Tee hier beiseite und ich muss tatsächlich unfreundlicherweise so ein Lutschbonschen nebenbei hier im Mund haben, weil meine Stimme sonst einfach so kratzt, aber wir wollen uns ja nicht davon abbringen, denn ich möchte euch trotzdem die ganzen tollen Sachen zeigen, die ich hier so in letzter Zeit angesammelt habe und es sind wirklich in diesem Video eigentlich, ich gucke gerade einmal rüber, es sind wirklich nur Neuheiten. Also ja, doch, es sind nur Neuheiten und es sind krasse Neuheiten und ich freue mich sehr. Einige davon habe ich schon getestet, andere davon noch nicht, den Großteil noch nicht, aber bei denen, wo ich es schon getestet habe, werde ich euch das natürlich wissen lassen. Und ich würde sagen, ganz viel Spaß mit dem Video, viel Spaß beim Nachshoppen und wir starten zuallererst mit einer Produktneuheit. Oh mein Gott, Leute, ihr wisst es, ich benutze Jepoder-Produkte schon sehr viele Jahre jetzt, ich weiß gar nicht, zwei, drei ungefähr, ich kann es euch gar nicht genau sagen. Bei Jepoder ist das ja immer so, wenn die ein Produkt auf den Markt bringen, die lassen sich Zeit, da kommt nicht irgendwie alle Naslagenprodukte auf den Markt, sondern da wird dann wirklich, ja, schön entwickelt und dann kommt was Tolles, was Besonderes und ich habe mich so gefreut, ja, als ich es dann erhalten habe und ich habe es jetzt auch einige Zeit für euch natürlich testen können und zwar handelt es sich von Jepoder um den neuen The Sea Boost Hero, Boost, Boost Hero und zwar handelt es sich hier um ein Vitamin C Aufhellungsserum mit 15% Vitamin C und wie geil ist das denn bitte? Also ich brauche euch, glaube ich, nicht erzählen, dass Vitamin C jetzt gefühlt auch so ein, ja, aktuell so ein Hype erfährt, obwohl es das ja schon immer in der Gesichtspflege gibt, genauso wie Myuronsäure ja so ein Hype erfahren hat in den letzten Jahren und, ja, deswegen habe ich mich natürlich sehr gefreut, dass die nun ein neues Produkt rausgebracht haben mit diesem Wirkstoff, was ganz, ja, toll ist. Das Produkt ist wirklich für jedermann. Also es ist natürlich super, um einfach Pigmentflecken entgegenzuwirken oder auch wenn ihr Probleme habt mit Akne malen, also Aknehaut mit Essern dadurch, dass so ein Produkt einfach eure Haut super weich zeichnet, ehemäßiger vom Ton her, also die dunklen Flecken aufhält aber ich finde es dennoch auch praktisch, dass es nicht nur so für Problemgeschichten super gedacht ist sondern eben auch für empfindliche Haut, wenn ihr einfach einen Feuchtigkeitskick haben möchtet dadurch, dass hier auch eben Hyaluronsäure mit enthalten ist oder auch, um einfach so einen Slow Aging Effekt zu erzielen, natürlich aufgrund der tollen Pflegewirkung kann man das auch, egal bei welchem Alter, verwenden nicht nur, wenn man jetzt irgendwie Problemchen hat, denn es bringt euch einfach eine Strahlkraft ins Gesicht also ihr habt einen richtig Glowy Tint, einen frisch aussehenden Wachentint und eure Haut ist einfach super mit Feuchtigkeit versorgt und ihr habt halt zusätzlich noch eben diesen Effekt von diesem Weichgezeichneten auf der Haut was ich natürlich super finde ich muss sagen, ich bin sowieso ein Freak ich liebe Gesichtspflegeprodukte was soll ich euch anderes erzählen ich arbeite ja auch bei DM in der Drogerie und ich liebe sowas zu testen ich liebe alles, was tolle Gesichtspflege anbelangt weil ich immer sage, die tolle Grundpflege ist sehr, sehr wichtig für ein tolles Make-up oder auch wenn ihr kein Make-up tragen mögt für ein schön strahlendes Gesicht, einfach auch ohne Make-up und das haben wir jetzt hier also es ist mega ich zeige euch das mal es kommt mit so einem tollen Pumpspender die, die mich schon lange schauen, die wissen, dass ich das über alles liebe weil es einfach praktisch in der Hand habe ist und es oxidiert sozusagen nicht mit dem Sauerstoff das heißt, das Produkt ist super lange haltbar weil, ja, es eben verschlossen daherkommt genau also der Pumpspender funktioniert auch super ihr seht Moment, mach ich mal so das Serum ist wirklich sehr leicht, sehr angenehm ihr seht schon könnt ihr das sehen? ja, wie das hier läuft genau, also es ist ultra leicht von der Textur es tropft mir jetzt leider schon ein bisschen runter aber ich möchte euch das mal demonstrieren es ist wie gesagt ultra leicht angenehm auf der Haut ich hab's jetzt echt viele, viele Male die letzten Tage Wochen getestet und anderthalb Wochen? Wochen? zwei Wochen? anderthalb? ich kann's euch gar nicht genau sagen auf jeden Fall genug, sodass ich sagen kann ich find's super es zieht schnell ein es ist, also man merkt's nicht es ist nicht pappig auf der Haut und so wie ihr das jetzt hier sehen könnt auf meiner Handfläche es hat so einen schönen Glow also es ist jetzt noch nicht ganz eingezogen aber es sieht ultra schön auf auf der Haut aus also sehr gepflegt sehr strahlend sehr leuchtend sehr frisch da geht ja schon los tut mir leid aber auch das stelle ich mir super vor im Sommer wenn man wirklich gar nichts trägt vielleicht nur eine Mascara oder Lashes denn das sieht einfach so frisch aus also so erholt so gesund mega ja ich hab netterweise wieder einen tollen Rabattcode bekommen von Iapoda vielen Dank da freue ich mich immer sehr drüber dass ich euch den weitergeben kann den schreibe ich euch mal hier hin und link euch natürlich auch alles in die Infobox mit Michelle Boost könnt ihr 20% auf alle Produkte sparen schaut euch wirklich dieses Produkt mal an ich bin wirklich angetan das coole ist für alle die da jetzt auch ja Wert drauf legen es kommt mit so einer coolen ja Kartusche nenne ich es mal daher zum Nachfüllen das heißt mein Gott das heißt wenn das ganze leer ist könnt ihr das optimal austauschen und müsst eben nicht den ganzen Glastiegel bestellen der übrigens wie ich finde super designt ist also der schimmert so schön könnt ihr das sehen und ist eben aus Glas und sieht so wertig aus also alle die wie ich auch so Kosmetik Freaks Kosmetikliebe aber sind die wissen das Auge guckt ja auch immer mit ne also wenn man die Produkte bei sich stehen hat das macht natürlich Spaß wenn die auch noch schön daher kommen aber ja die ganzen Produkte sind vegan tierversuchsfrei hergestellt in Korea und ich bin absolut hyped und muss sagen wie gesagt schaut euch das mal an vielleicht ist das was für euch und falls ihr es bestellt berichtet mal ob ihr auch genauso zufrieden seid damit wie ich genau das würde mich natürlich sehr interessieren und wie gesagt links unten in der Infobox so lange Rede kurzer Sinn geiles Produkt habe ich mich riesig gefreut genauso wie die ganzen anderen Schätze die ich jetzt hier auch noch habe würde ich mich sehr gefreut haben ich habe mir nachgekauft von L'Oreal das Infallible Makeup das kennen bestimmt auch viele von euch das gibt es ja schon Ewigkeiten ich muss zwischendurch was trinken ich habe mir schon gedacht das wird anstrengend das Video zu drehen das nervt mich ein bisschen mit meiner Stimme aber wir ölen das Ganze mal und dann kriegen wir das hoffentlich hin weil ich habe einfach Lust zu drehen ähm genau das Infallible gibt es wie gesagt schon viele viele Jahre ich habe jetzt den Farbton 220 Neutral Undertone mitgenommen und das ist ein All Time Favorite von mir das ist ein Klassiker den habe ich schon damals benutzt das ist ein sehr deckendes Makeup also anders als das Perfect Match das ist natürlich leichter und das liebe ich aber genauso ähm damit habt ihr wirklich eine tolle tolle Deckkraft ein langanhaltendes Makeup was trotzdem Feuchtigkeit spendet ähm hier ist auch Vitamin C drin und sogar ein Lichtschutzfaktor von 25 was ich klasse finde ähm ich mag die Konsistenz ich mag es wie es auf der Haut aussieht also wirklich weich gezeichnet wenn ihr das mit so einem Beauty Blender einarbeitet ich nehme ja gerne immer von Real Techniques meinen ähm Spongy und ja da freue ich mich hat jetzt ähm ja ein leicht verändertes Packaging haben sie jetzt neu ähm gelabelt sah vorher minimal anders aus aber ist nach wie vor dasselbe obwohl war Vitamin C vorher drin das äh weiß ich jetzt gar nicht aber ähm ich denke das wird genauso von der Textur her sein genau freue ich mich schon sehr drauf ist glaube ich nämlich auch eine ganz gute günstige Alternative immer zu meinem Estee Lauder Double Wear ähm Produkt weil das natürlich schon sehr teuer ist ähm aber auch eine tolle hohe Deckkraft hat genau so ich hoffe ihr haltet das heute mit mir aus ähm genau dann ein weiteres mega gehyptes Produkt und ich hätte selber nicht gedacht dass ich davon so unfassbar angetan bin ich liebe sie jetzt schon sie ist schon fast leer es handelt sich um die brandneue L'Oreal Panorama Mascara ich habe sie mitgenommen als die brandneue in der Fiale stand äh ich wäre neugierig ne und schaut euch mal dieses Bürstchen an kegelförmig nach oben hin sehr schmal zulaufend absolut mein Geschmack von der Bürste her und auch weil es Gummibürstchen ist ihr wisst ja ich liebe Gummibürstchen damit kann man finde ich sehr schön arbeiten und dadurch dass es halt vorne so ein bisschen schmaler zulaufend ist kommt man super an die kleinen feinen Härchen also Wimpern und ich finde sie wirklich toll ich trage sie heute ich trage sie seitdem ich sie habe eigentlich jeden Tag sodass sie wie gesagt auch sich schon dem Ende neigt und ja ich hoffe ihr könnt das sehen ich finde die wirklich klasse die zaubert wirklich ein schön tiefschwarzes Ergebnis man kann damit problemlos ganz oft rüber gehen ohne dass ja die Wimpern verklunken und sie trennt schön man kann da richtig schön am Wimpernkranz ansetzen und dann nach oben gehen und das wie gesagt mehrere Male ohne dass ja da irgendwas fliegenbeinmäßig aussieht ich finde es ganz ganz toll trennt die Wimpern toll ist wirklich eine absolute Herzensempfehlung wie glaube ich gefühlt alles außer das was ich vielleicht noch nicht so unbedingt getestet habe aber die hat mich wirklich umgehauen muss ich sagen als Neuheit und ich hätte es vorher nicht gedacht genau an dieser Stelle ihr könnt jetzt gerne einmal an einer kleinen Verlosung mitmachen und zwar möchte ich diese tolle Mascara einmal an eine oder einen von euch verlosen und zwar in zweifacher Ausführung das heißt ihr könnt zum Beispiel eurer Mama eurer besten Freundin einer normalen anderen Freundin oder oder die gerne schenken und ihr könnt sie einmal ausprobieren ihr könnt einfach teilnehmen indem ihr einen Kommentar ja unten reinschreiben warum ihr sie gerne testen würdet und an wen ihr die zweite abgeben würdet genau ich setze euch die Teilnahmebedingungen unten rein auch Teilnahmeschluss und ja macht fleißig mit freue ich mich und dann gibt es nach Ablauf der Zeit ein kleines Päckchen für einen glücklichen Gewinner oder eine Gewinnerin genau so dann machen wir weiter mit dem gehaltenen Wax 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 Stick und zwar ist der von Balea der schaut so aus ja den habe ich noch nicht angewendet tatsächlich ich finde nur der riecht sehr angenehm ja kommt so daher und ja ist ja für diese Sleek Geschichten was Frisur angeht und der soll ein glattes glänzendes Finish zaubern eine einfache Fiktion gewährleisten ja ich bin gespannt der ist ja bei uns schon wieder ausverkauft ich muss nochmal Öl hier ja richtig lange nicht mehr so einen richtig kratzigen trockenen Husten also der ist echt hartnäckig ja ich werde euch natürlich berichten wenn ich getestet habe vielleicht könnt ihr mir ja schon mal in die Kommentare schreiben wenn ihr den auch ergattert habt wie ihr damit zufrieden seid ich bin sehr gespannt hatte es noch nicht geschafft jetzt so einen Look zu kreieren dachte ich zeige den euch natürlich aber trotzdem und bin ja nach wie vor sehr gespannt mal gucken die Tage werde ich den mal benutzen dann hab ich von Got2b richtig interessant einen Glanz Gloss Glanz Primer mir mitgenommen das ist für die optimale friskontrolle und Glättung eine leichte Pflege zaubert einen tödlichen Glanz und bietet bis zu 230 Grad Hitzeschutz also da gibt man praktisch eine kleine Haselnussgröße Handgröße Haselnussgröße Menge des Primers in die Handflächen verteilen und gleichmäßig ins feuchte Haar auftragen ja da bin ich sehr gespannt ähm ja ich erwarte mir da einiges von ähm mal gucken wie das Ganze riecht so ist weiß ja angenehmer Styling Geruch irgendwie ähm ja freue ich mich bin mal gespannt wie das so die Haare versiegelt und ähm Hitzeschutz ist natürlich vor Glättung und Co immer gut und ja da hab ich mich echt gefreut alle meine Kolleginnen wo ich den an der Kasse bezahlt hatte und im Einkaufskorb hatte bei uns äh alle haben so oh was das was das also ich glaube den werden mehrere testen und äh ja wenn der gut ist werde ich euch das natürlich dann mitteilen ähm 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 so was haben wir noch von Tempo feuchte Toilettentücher Natural Skin Balance beruhigend milder Balsam mit Panthenol und Kräuterextrakt die mag ich ja sehr sehr gerne von Tempo generell erstmal haben sie diesen praktischen Verschluss ähm und die hab ich jetzt auch schon einmal aufgebraucht der ist aber sehr zu gerade ähm ähm hab ich schon einmal aufgebraucht werdet ihr auch in meinem Aufgebrauch wie ihr sehen finde ich super Qualität ist toll reißfest ähm riechen toll ähm vertragen wir und ja finde ich sehr sehr toll habe ich mich gefreut als ich online gesehen habe dass die jetzt bald in die Fiale kommen gleich zugegriffen und wie gesagt eine Packung ist schon leer kann ich euch sehr empfehlen dann hat Mixer ein 10 in 1 äh ich weiß gar nicht wie man das ausspricht Zika Repair Balsam rausgebracht und zwar so ähm Mixer Produkte finde ich durch die Bank weg echt super muss ich sagen also ganz ganz ähm toll einfach immer von der Pflegewirkung und das ist jetzt mit ähm 40% Glycerin, Urea und Alantrin also Feuchtheit Mittelchen in jeglicher Art für was steht hier drauf Füße, Knie, Hände und Ellenbogen gedacht zieht schnell ein ich habe es tatsächlich auch schon einmal benutzt jetzt für die Hände äh seht ihr da und ich muss sagen sehr angenehm also ich habe den gedacht für abends vorm Schlafen gehen um die Hände damit schön einzucremen achso noch Ellenbogen habe ich auch eingecremt genau und es war wirklich sehr sehr äh ja schön weich und sehr gepflegt also das äh finde ich sehr gut und äh freue ich mich sehr drüber war nicht ganz günstig ich glaube um 7 Euro aber finde ich jetzt vom allerersten Eindruck auf jeden Fall schon sein Geldwert aber ich glaube das liegt auch einfach daran dass ich Mixerprodukte wirklich durch die Bank weg echt gut finde ich hatte schon viele davon und mag die sehr gerne von der Pflegewirkung ja auch nachgekauft und beides schon jeweils verwendet sogar mehrfach sind von Garnier Skin Active diese neuen tollen Augenpads ich muss sagen ich mag die echt gerne weil die an Ort und Stelle bleiben und ähm ja die sind auch ein bisschen größer die sind so aus ähm Fleece also nicht wie aus Gel wie die vielen anderen Produkte die es so gibt auf dem Markt und dadurch schmiegen die sich richtig gut an und auch wenn man irgendwie putzt oder rumrödelt dann bleibt wirklich dieses Augenpads an Ort und Stelle und ähm ja das gefällt mir eben gut das eine ist mit Koffein das andere mit Vitamin C also ihr seht das Vitamin C ist in der Drogerie aktuell überall ob im Make-up ob in den Augenpads wirklich überall und ja ich finde die spenden beide toll Feuchtigkeit ähm ja kann man natürlich auch im Kühlschrank packen ist auf jeden Fall eine Herzensempfehlung schaut sie euch mal an ähm ja finde ich sehr gut weiß ich dass ich die auf jeden Fall wieder nachtrauben werde so dann habe ich noch aus dem neuen Essens Sortiment einmal einen Nagelkleber mitgenommen von Essens der wurde jetzt auch neu aufgesetzt sah vorher ein bisschen anders aus ähm den habe ich mir geholt weil das eine oder andere Mal ja doch mal ein Kunstnagel abbricht und das hatte ich jetzt schon ab und an mal und nie hast du was zu Hause um den zu fixieren und das tut es immer weh wenn man irgendwo gegenkommt bis man dann irgendwie zum Nageltermin kommt und deswegen habe ich den jetzt im Haus ähm ja habe ich vorher noch nie ausprobiert aber das sowas muss man zu Hause haben wenn man künstliche Fingernägel hat weil nicht immer aber das eine oder andere Mal passiert das dann ja doch mal dass ein Nagel sich verabschiedet und dann ist das einfach wirklich nützlich genau so dann hat Shrek & Moon eine kleine Duschcreme Neuheit rausgebracht so schaut die aus und das ist Clementin Geruch und ich muss wirklich sagen ich finde die sehr toll ich habe eine schon fast aufgebraucht äh in der Dusche oh das ist voll meins ich liebe ich liebe Orangen oder Clementin Geruch also Mandarinen alles ist für mich das gleiche riecht wirklich richtig toll ja und wenn die in groß rauskommen würde würde ich mir die auf jeden Fall auch kaufen weil der Geruch ist wirklich toll also gerade auch fürs Frühjahr für den Sommer richtig erfrischend richtig angenehm und Shrek & Moon Produkte finde ich sowieso immer alle richtig toll ne also die haben sich auch in den letzten Jahren so etabliert auf dem Markt und bringen immer echt tolle Sachen raus wo wir glatt beim Thema sind äh es gibt nämlich auch neue Pflegebäder und zwar einmal Passionsblume und Mandelblütenduft auch immer mit diesen ultrasüßen Verpackungen also das ist ja Verpackungsopfer kommt da auch einfach nicht dran vorbei könnt ihr sagen was ihr wollt und einmal Beerencrumble ja freue ich mich drauf qualitativ finde ich die immer super ich habe jetzt letztens in Vanille gebadet muss ich auch gucken ob es davon noch Nachschub gibt hat mir sehr gut gefallen werdet ihr im aufgebrauchten Video sehen und ähm meine Lieblingssorte dieses ähm wie heißt denn das Champagner Faisi Bubble ne ich glaube vielleicht wisst ihr was ich meine diese Champagner Spargel Edition wurde jetzt neu aufgemacht ich hatte Angst dass die mal rausgeht habe mir ein paar Backups gekauft die gibt es jetzt aber wieder nur in neuer Verpackung da war ich sehr froh ähm genau die ist mich auch sehr zu empfehlen so was haben wir noch noch ein Haarprodukt von Garnier Ware Schätze und zwar habe ich ein reparierendes Serum mitgenommen für sichtbar weniger Spliss klebt nicht und fettet nicht das kommt hier in so einer super süßen Pumpspender Verpackung daher finde ich richtig gelungen und ihr wisst es vielleicht falls ihr meine Videos schaut ähm ich liebe liebe diese Honigreihe von Ware Schätze ja riecht genau so und deswegen musste ich es mitnehmen also ich finde das äh die Produkte aus dieser Honigreihe machen ein super tolles Haargefühl und die Haare duften so toll ähm ja sie sehen toll aus nach dem Stylen und da habe ich gedacht habe ich jetzt weil ich das immer mal wieder kaufe und da habe ähm nämlich ergänzend dieses Serum mit noch und teste das mal eben für weniger ähm Spliss und das benutzt man auf feuchtem oder trockenem Haar so ach guck das wusste ich gar nicht auf trockenem ja und es riecht genauso himmlisch also wenn ihr Honigduft mögt und mal was anderes ausprobieren wollt dann testet gerne mal diese Reihe von Garnier genau und äh dann habe ich noch was von Garnier wo wir auch gerade beim Thema sind die haben noch ein neues Shampoo rausgebracht das wollte ich jetzt auch mal ausprobieren das ist das glättende Shampoo mit Reiswasser Ritual und Stärke Mittel bis langes Haar das schaut so aus und äh ja dadurch dass ich mit dem na mit der Honigreihe sehr gut zurechtkomme und äh auch schon mal andere davon getestet habe habe ich gedacht probierst du das jetzt auch mal und es riecht auch sehr schön also es riecht milder irgendwie so soft kann ich gar nicht so ja doch schon Reis Wasser also so sehr Samenlünft sehr angenehm relativ neutral finde ich aber sehr sehr toll diese Haferreihe davon ist auch ultra gut also der Geruch ist auch wirklich mega ähm ja und da freue ich mich ich denke das wird auch gut sein ist nicht allzu teuer und äh da hatte ich Lust drauf jetzt mal auch zu probieren übrigens habe ich ja jetzt schon echt lange meine Extensions mittlerweile draußen und ich bin echt äh krass schockiert und begeistert zugleich wie lange meine Naturhaare mittlerweile sind also das ist echt äh ja ganz schön so meine Lieben ich würde sagen wir haben jetzt die zwei letzten Produkte noch vor uns und zwar ist das einmal aus dem Essence Sortiment aus dem neuen die Call Me Queen Mascara und die erinnert mich so ein bisschen an die äh MAC Stack von MAC ähm die schaut hupser die schaut so aus habe ich noch nicht getestet freut mich schon drauf und hat nämlich so ein Bürstchen und das also ich weiß nicht ob ihr die von MAC kennt sieht sehr verblüffend ähnlich aus außer dass sie glaube ich ein bisschen kleiner ist aber so von der Form her ich bin gespannt was die kann freue mich aufs Testen und ähm ja schreibt mir mal habt ihr die auch schon habt ihr die schon ausprobiert ähm ja freut mich dramatic false lash effect genau gucken wir mal was sie so kann so nochmal für den letzten na für das letzte Produkt hier einmal die Stimme ölen so und zwar habe ich von Essence ebenfalls den Blush Crush also ein Blush mitgenommen die Farbe 20 Deep Rose die haben jetzt neue Verpackung und die fand ich wirklich sehr schön die Farbe sehr natürlich ähm ja sehr alltagstauglich ich mag ja so eine braun Töne braun der ist jetzt so braun peach sehr buttrig sehr tolle Farbabgabe und ja finde ich sehr schön kann man gut machen bin mal gespannt wie die sich verblenden lassen mit den anderen war ich immer sehr zufrieden ja also wirklich eine schöne natürliche Farbe ähm gefällt mir gut ja da freue ich mich auch drüber so ihr Lieben also das war's jede Menge toller Neuheiten also ich finde das ja äh sowieso immer spannend im Frühjahr Sommer kommen so viele neue Sachen immer bei uns in die Drogerie und ähm gut wenn ich äh ne als Druckistin natürlich an der M4-Jahre arbeite dann kann ich da sowieso nicht dran vorbeigehen das ist nicht wie ihr dass ihr ein zweimal die Woche als Junkies vielleicht einkaufen geht sondern ich sehe das äh jeden Tag und muss dann natürlich immer so mal ein bisschen was mitnehmen und ausprobieren aber das liebe ich und ähm ja ich freue mich dass wir wieder unsere Meinung teilen können dass ich euch tolle Tipps mit auf den Weg geben kann und ähm ja ich freue mich unheimlich die ganzen Sachen jetzt auszuprobieren das ist gar nicht so einfach heute ähm ja schreibt mir mal was ihr davon vielleicht auch äh schon ausprobiert habt oder was ihr mir empfehlen würdet zum Kaufen dann teste ich das mal und äh macht fleißig mit bei der Verlosung der Mascara da freue ich mich natürlich wenn ich dann äh zwei von euch glücklich machen kann dass ihr das auch mal testet und äh ja denkt dran mit dem Code Michelle Boost auf jeb oder 20% auf alles schaut euch das Serum unbedingt mal an generell die Pflegeprodukte sind so toll ich habe alle mittlerweile und äh ja ich liebe sie freue mich sehr dass ihr Podermia wieder netterweise den Code für euch gegeben hat gegeben hat gegeben hat genau und äh ja alle Infos in der Infobox ansonsten bleibt mir gesund meine Lieben und wir sehen uns ganz bald im nächsten Video danke fürs Einschalten lasst gerne einen Daumen da für meine Mühe da freue ich mich sehr drüber und ein Abo wenn ihr kein Video verpassen wollt ihr könnt auch die Glocke aktivieren dann wird es euch immer angezeigt wenn ein neuer Upload von mir online ist und ansonsten sehen wir uns ähm beim nächsten Mal macht's gut bis dann ciao ciao bis dann